Der nächste Vortrag ist von Brewster Kale. Brewster ist ein digitaler Bibliothekar und er ist der Gründer des Internetarchives, archive.org, wie viele von euch wahrscheinlich wissen. Brewster hat mit Internettechnologien seit der Mitte der 80er gearbeitet und hier ist er nun, um uns etwas zu erzählen. Funktioniert das? Könnt ihr mich hören? Super. Dieser Vortrag ist spekulativ. Morgen um 10.30 Uhr, wenn immer noch jemand wach ist, dann werden wir darüber sprechen, wie man Copyright hackt. Aber dieser Vortrag ist wirklich darauf ausrichtet, es geht hier nur um Code. Wir haben eine lange Reise hinter uns. Die letzten 25 Jahre haben wir sehr viel Arbeit daran investiert, um das World Wide Web investiert. Das World Wide Web ist total großartig, aber wir haben einige Probleme und Schönheitsfehler. Und dieser Vortrag geht darum, ob wir einige von diesen Dingen verbessern können. Mein Freund Lawrence Lessing hat einmal gesagt, Code is Law, also Code ist Gesetz. Wenn es nicht im Code ist, dann existiert es wahrscheinlich nicht. Und darum sollten wir Redefreiheit auch im Code eingebaut haben. Und das Gleiche gilt für Privatsphäre. Aber es ist so, dass das nicht da ist. Das Web ist zerbrechlich. Es ist kaputt. Aber es ist groß. Wir wissen das, weil wir beim Internet Archive eine Milliarde von Webseiten sammeln. Und da verstehen wir, was das World Wide Web ist. Und es gibt immer Webseiten, die kommen und gehen und sie leuchten kurz auf und dann sind sie wieder weg. Aber es ist, das Archiv ist überall erreichbar, außer wenn du in China lebst. Und auch in Russland sind wir manchmal nicht da oder erreichbar. Wir haben mehrere Probleme, unter anderem es ist nicht privat. Es gibt Unternehmen und Regierungen, die beobachten und überwachen, was wir machen. Und Edward Snowden hat uns gezeigt, was für Maßnahmen getroffen wurden, um unter anderem die Leute, die die Wikileaks-Webseite benutzt haben, zu überwachen. Und das hat bereits gereicht, um sie als Ziele für weitere Maßnahmen auszuwählen. Also wir haben eine lange dunkle Geschichte, dass das schon passiert. Das passiert jetzt schon im Moment. Und einfach aus dem Grund, weil unsere Technik nicht gut genug ist. Aber es macht natürlich Spaß. Das Siegesgefühl, das Privatheitsgefühl und die Zuverlässigkeit. Warum macht das so einen Spaß? Weil es uns an uns bindet und wir modifizieren das auch und fügen dem vieles hinzu, was es einfach noch spannender macht. Und wenn es da die großen drei Ziele gibt, meinetwegen für die nächste Generation, dass es eben privat ist, dass es sicher ist und dass es aber uns trotzdem noch Spaß machen kann. Und was ist eben die Kombination, dass wir eben nicht nur einen von diesen dreien Möglichkeiten oder Zielen haben wollen. Also das ist natürlich hier ein hochtrabender Ziele. Aber ich glaube, wir haben alle Ressourcen, die wir dafür brauchen, um eben vielleicht darauf hinzuarbeiten. Also die Distribuiertheit, die Verteiltheit und Dezentralität. Wie könnte das aussehen? Da haben wir schon ein paar Ideen und haben da so Puzzlestücke, die wir vielleicht kombinieren können. Es gibt jetzt vielleicht keinen Königsweg, aber das ist eben die Möglichkeit, dass einfach die Möglichkeit besteht und dass wir dieses Ziel artikulieren. Und das ist eben, was Distribuiert dann heißt in dem Zusammenhang. Was ist denn dann der Unterschied vom WWW zum Internet? Nur, dass wir den Eindruck haben, dass ein bestimmter Teil Hardware dann nicht mehr zur Verfügung steht, dann wird natürlich herumgeroutet. Also das Getriebe läuft als Ganzes, auch wenn jetzt vielleicht ein einzelner Teil einfällt. Dass WWW auf der anderen Seite eben umgekehrt ist, ist nicht dezentralisiert. Wenn dann ein bestimmter Server unter Kontrolle ist, könnte man auch zerstören, überwachen etc. Jeden beliebigen Knotenpunkt. Und nehmen wir mal als Beispiel die Cloud von Amazon. Das sind hier verschiedene Beispiele, die eben Datenpunkte, die miteinander verbunden sind. Und man kann natürlich die Daten dorthin bewegen, in die Nähe eher seiner Nutzer. Aber können wir das Internet oder das Netz so gestalten, was in einer ähnlichen Form funktioniert, dass eben die räumliche Nähe auch hergestellt ist, aber das nicht eben von einer Instanz mittig organisiert wird. Also nehmen wir mal das Beispiel Laserschutzrechte. Wenn wir einen distribuierten Webstrukturen haben, also es keinen bestimmten Ort gibt, wo diese Informationen sind, oder dann ist es natürlich viel schwieriger herauszufinden, wo ist ein bestimmter Leser, wenn Kopien gespiegelt werden und verschiedene Leute unterschiedliche Ausgaben benutzen. Das sorgt natürlich dafür, dass es umso schwieriger ist, das in Gesamtheit zu überwachen, also so wie wir in der Form haben, wie das WWW momentan strukturiert ist. Nehmen wir mal als Annahme so eine Versionskontrolle, wie wir es von Git kennen. Also die Idee, dass wir immer einen Verweis finden können auf eine ältere Fassung, auch von jeder Webseite. Das steckt auch in der Idee der Webseite mit drin und das ist eben die Wayback Machine. Das steckt, es ist zwar nicht im Web selbst integriert, dass es sich auch im laufenden Betrieb selbst archiviert, aber es war zumindest immer die Idee, dass man auch eine Art Versionskontrolle macht, weitergehend. Und andere Leute, die Idee einer werbefinanzierten Industrie, wir wissen, wie das Ganze ausgeht. Wir sehen das ja beim Fernsehen oder beim Radio, wir haben eine massive Zentralisierung und dann entstehen diese Werbenetzwerke. Lasst uns etwas anderes versuchen. Und deswegen gibt es Strategien, wie, dass man Tipps... Deswegen denke ich, dass das möglich ist mit Mikropayments. Zum Beispiel haben wir einige Werkzeuge, die wir vor 25 Jahren noch nicht hatten, zum Beispiel Javascript. Javascript ist eine sehr starke, auch wenn auch sehr seltsam ist, die es ermöglicht, Code von verschiedenen Stellen zu verschieben. Und dann gibt es noch die Blockchain. Und dann ist da natürlich Bitcoin, welches natürlich benutzt werden kann für Micropayments. Und es funktioniert ebenfalls auf eine verteilte Art und Weise. Und lasst uns daran erinnern, dass vor 25 Jahren es war noch verboten, solche Kryptosysteme zu verteilen. Wir haben diesen Kryptokrieg gewonnen. Und heute können wir Krypto verwenden in eingebetteten Geräten. Aber jetzt haben wir natürlich verschiedene Systeme, die bereits verteilt sind. Und viele davon sind nicht unbedingt so bekannt. Und in verschiedenen Gebieten sind diese Systeme aktiv. Und wir könnten, wenn wir uns auf verschiedene Sachen fokussieren, einen gemeinsamen Ansatz machen, um das Ganze voranzutreiben. Aber es sind immer Menschen, die das Ganze, diese Systeme, die in sich, inner sich verteilten Systeme erschaffen, bauen. Und die meisten dieser Projekte haben Leute, die hier auf dem Camp sind. Und wie wäre es jetzt mit einem sehr großen Ziel? So, dass die Leute tatsächlich diese Systeme nutzen wollen, diese neuen Systeme. Was können wir machen, um ein WordPress-ähnliches verteiltes System zu schaffen? Aber mach es verteilt, sodass es immer noch Spaß macht, sodass es Leute anzieht, aber dass es verteilt ist. Was muss man dafür erreichen? Es muss verschiedene Ziele erfüllen. Es darf keine Plugins benötigen. Es muss im normalen Browser funktionieren. Es muss im bereits vorhandenen Web funktionieren. Und wenn es dann eine verteilte Webseite ist, so wie ich es vorher vorgestellt habe, dann kann es natürlich etwas dauern, bis das alles in die Gänge kommt. Aber irgendwann wird es funktionieren. Es war mal so, dass es sehr einfach war, gute Namen zu finden. Aber heutzutage ist das schwieriger. Und ich habe heutzutage auch schon Schwierigkeiten, eine Telefonnummer an mir zu merken. Und natürlich muss die Geschwindigkeit der Services auch performant sein, schnell sein, damit der Nutzer eine schnelle Rückmeldung kriegt und alles flüssig läuft. Und ich habe das bis jetzt immer als technisches Strohmann-Argument benutzt, um... Also bei WordPress haben wir zumindest die Grenzen schon mit eingebaut, dass wir das eindämmen können. Also wir könnten so etwas wie Trinkgeld machen, so ein Belohnungssystem, das man eben editieren kann, dass einfach ein Wert dahinter hängt, was man bestimmte Aufgaben übernehmen und Dienstleistungen dann erbringt. Und dass wir eben auch die Leute in den Mittelpunkt stellen, die wahnsinnig viel Arbeit da reinstecken, irgendwelche Apo-Apps zu entwickeln und sich damit ja auch dann profilieren können. Und ich denke, wir können so ein Internet, das Internet eben so konstruieren, dass das eben das mit erfassen kann. Und ich will nur einmal so vage andeuten in verschiedene Richtungen. Ein Beispiel, was mich überwältigt hat, war eine... Also von C nach JavaScript kompiliert, alte Spiele, die genauso dann in meinem Browser laufen. Ich weiß gar nicht, warum das mich so überrascht hat. Natürlich kann man einen 20 Jahre alten Rechner nehmen und einen alten Macintosh und in Echtzeit einfach laufen lassen in JavaScript. Aber das hat natürlich für mich bedeutet, wir haben das implementiert. Und das war für mich schon eine Veränderung der Qualität insofern, dass wir die Serverzugriffe damit mit eingebaut haben. Und auch die einfach die Bewegungen von Datenteilen und hin und her bewegen in JavaScript selbst. Und da haben wir jetzt beispielsweise Marcel, der das Foodhacking-Camp macht, hat meine Webseite, mein Blog in ein P2P-System einfach übertragen oder portiert. Ich versuche das einfach mal als Demo vorzuführen. Und wenn das natürlich jetzt funktioniert, dann müsst ihr jetzt natürlich auch klatschen. Und sonst sagen halt, ja, das hätte ja sowieso nicht klappen können. Also, das ist mein normaler Firefox und jetzt geht's los. Also, tadaa! Was das ist, mein Blog in einem IPFS-Peer-to-Peer-Dateisystem und es läuft, indem es meine Maschine fragt und es lädt alle Daten rüber in das P2P-Netzwerk. Und das Coole daran ist, es ist nicht nur über Webpages, sondern auch noch... Wir haben auch noch dieses weitere coole Feature. Es hat eine Suchmaschine eingebaut, auf der kleinen Seite, in JavaScript. Und das ist natürlich cool, weil jetzt kann man natürlich Suchmaschinen-Eigene Fähigkeiten einbauen und... Oh, 104 Dokumente nicht gefunden. Okay, hier ist, wo die Demo auseinanderfällt. Also, ich kann nach Stolmen suchen und daher andere Blog-Posts finden. Was Marcel also getan hat, war, er hat meinen Blog genommen und hat das Ganze mit einer Suchmaschine kombiniert, sodass es alles in Dateien gespeichert ist. Und ich habe eine WordPress-ähnliche User-Experience, auch wenn das alles in meinem Browser stattfindet. Und daher kann man Website-Anwendungen auf diese Art und Weise bauen. Und mit Hilfe der Peer-to-Peer-Technik kann man vermeiden, dass man bestimmte Infrastruktur nutzen muss. Natürlich brauchen wir ein einfaches Namensystem dafür. Jetzt könnte man eintippen, dwebbrewstersblog.nl und es gibt bereits Projekte wie Namecoin, die diese Probleme angehen. Mithilfe der Blockchain. Und das Ethereum-Projekt versucht ebenfalls mit einer Blockchain verschiedene Probleme zu lösen. Und da ist die Idee, ein Registrationssystem zu haben, was nicht die Probleme hat, der, wer zuerst kommt, mal zuerst Prinzipien zu vermeiden. Es ist also technisch möglich. Wir wollen natürlich auch schnelle Server und schnelle Software und Versionen. Und hier ist das Entscheidende, dass das Internetarchiv und andere Organisationen, wie wir, Cache-Server und Archive bauen können. Und beim Internetarchiv haben wir 27 Petabytes Speicher. die Idee, das System so zu gestalten, dass das nicht nur Snapshots sind, sondern die eigentlichen Webseiten im System, dann könnte das Ganze sich auch durchsetzen, sodass die Provider ebenfalls das toll finden, sodass die User viel performantere Experiences haben, wenn sie das Internet benutzen. Wenn wir das nicht haben, dann haben wir einfach nur ein Peer-to-Peer-System und dann können wir natürlich auch BitTorrent benutzen und das ist natürlich langsam. Und deswegen brauchen wir ja wirklich sehr schnelle Software-Systeme. Und das ist alles möglich. Ein paar wichtigere Sachen, die man berücksichtigen muss, Updates und natürlich Verteilung. Ein Problem von BitTorrent ist natürlich, ja, Updates mit BitTorrent sind eher technisch schwierig, weil alles auf Hash ist basiert und alles muss einzigartig sein. Wie kann man jetzt einen weiteren Layer darauf setzen, der damit noch harmonisiert? Und wenn man jetzt hier eine neue Version hat, woran sieht man jetzt, was ist neu, was ist alt? Und BitTorrent hat unveränderliche Torrents und IPVS hat ein anderes System. Willst du übernehmen? Also ich arbeite nur ein bisschen eben meine Liste ab von wirklich machbaren Dingen, die auch der gesamten Infrastruktur dienstbar wären. Also die Hauptidee, ein verteiltes Informationssystem, das auch meinetwegen Bitcoin-Adressen als Identifikationsmaßstäbe benutzt, das können wir mit starker Krypto halt verteilte Identitäten jetzt besser managen. Wir haben es einfach noch nicht bislang gemacht, weil Google ID und Facebook, das ist natürlich überall im www, also was seine ganzen eigenen Probleme mit sich bringt. Aber wir könnten das im Rahmen von dieser Bitcoin-Community eben auch machen, weil da eben sehr viel Support auch im Hintergrund schon ist. und wenn man eine Zuordnung machen kann, wenn man Identität verwalten kann, dann kann man eben auch Geld zahlen, dann kann man auch einfach ein, ja, Trinkgeld, kleine, kleine Aufmerksamkeiten verteilen und wir denken, man muss Kräufe meinetwegen, die verteilt stattfinden, ohne dass man wissen kann, wen man jetzt genau bezahlt. Also das würden wir eben damit erreichen, technisch. Wir haben also die verschiedenen Bruchstücke, um sowas wie eben verteilte Content-Management-Systeme zu bauen. 25% aller Webseiten sind, also es sind nicht unbedingt die beliebtesten, die größten, aber auf jeden Fall die Masse ist da. Und wenn wir sowas ähnliches bauen mit einer gleichen Funktionalität und auch die Plug-In-Fähigkeiten und eben ähnliche Merkmale, dann wäre das schon ein sehr großer Schritt. Diesmal könnte es eben klappen, auch das wirklich global zu machen, egal für wen oder nach Serverstand, das ist tatsächlich für alle Nutzer, für Server-seitig und Editier-Nutzer-seitig wirklich private Kommunikation ist, dass auch Leserrechte geschützt sind von Überwachung und trotzdem flexibel und beweglich und Spaß genug motivierend, dass wir eben auch die Infrastruktur leichter modifizieren können und für unsere Notwendigkeiten, dann müssen wir eben auch nicht erwarten darauf, dass die Produzenten eben diese Features einbauen, die wir zum Beispiel von JavaScript uns erhoffen. Dann können alle in der gesamten Gleichung mehr Spaß haben. Also wie macht man, fixt man das Web so, dass es wirklich offen bleibt und das ist etwas, was ich fast schon als Notwendigkeit ansehe. Wir können zum Beispiel Presse- und Meinungsfreiheit hart verkoden. Wir können auch die Offenheit des Webs unveränderlich machen, dass es sich nicht eben wieder wegnehmen lässt, wieder rausrechnen lässt und damit sperren wir es sozusagen offen. Und ich denke, die Community ist da, um eben so eine wirklich großflächige, verteilte Idee durchzuziehen. Ja, sehr interessant. Und es gibt noch Fragerunde, es gibt noch Zeit, links und rechts die Mikros. das ist. Ja, ich, ich, der Fragesteller sieht wohl nichts. Ja, prinzipiell natürlich eine großartige Idee. Aber das klingt für mich wie Web 1.0. Also, wenn ich so in meinem Alltag das, was mich vor allem in meiner Arbeit interessiert hat, hat natürlich alles mit Datenbank-Austausch zu tun. Das kann natürlich keiner replizieren, außer wir selbst, die wir damit zu tun haben. Und das klingt erstmal wie eine gute Idee, aber es ist nicht so alltagspraktikabel. Und, ja, insgesamt vielleicht auch nicht so leicht zu lösen, so dem Anklang nach. Es kann für bestimmte Communities funktionieren, wenn diese Communities nicht auf ein bestimmtes Stück Hardware fokussiert sind und sie verbinden sich und nutzen bestimmte Webseiten und und dieser Ansatz macht es viel verteilter und so kann man gewisse Gemeinschaften unterstützen, die Community muss sich darum kümmern, dass es alles gehostet wird, auch wenn es wie Web 1.0 aussehen wird, ja, kann sein, wenn 1.0 ebenfalls es hängt an uns selbst, wie wir das machen, ob das gut wird oder nicht. mit 1.7 meine ich, dass die Bündnis also was ich meine mit Web 2.0 ist, dass diese Webseiten bei Web 2.0 meistens immer benutzerspezifisch sind, also die Besucher zappmitten Kommentare, die dann auf der Webseite landen und es ist nicht nur, es kommen nicht nur Inhalte von dem Betreiber der Webseite selber. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich verstehe. Wir haben das System so implementiert, dass es auf IPFS und BitTorrent basiert und daher kann man einfach immer eine Kopie von einer bestimmten Webseite aus diesem System holen und die Webseite bewegt sich halt von A nach B. Es bewegt sich innerhalb des Internets die Webseite Auf der rechten Seite haben wir eine weitere Frage Wird es freie Software sein? Ja, natürlich! Applaus! Es muss sein, dass weil man diese Software weiterverarbeiten soll, beliebig weiterentwickeln. Ich bin ein großer GPL-Fan und alle Komponenten dieser Technologie müssen freie Software sein. Auf der linken Seite die nächste Frage bitte. Vielen Dank für diesen Vortrag. Viele von uns auf diesem Camp haben darüber nachgedacht über dieses Thema. Wir sind ein wenig überrascht, weil ich arbeite an Tor und das kam im Vortrag gar nicht vor und das hat mich überrascht. Tor bietet bereits Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikationskanäle an und hat deswegen gewisse Probleme bereits gelöst und es funktioniert natürlich auch über ein Pier . Ja, du hast recht, Tor hat viele Komponenten, die sich anbieten würden, aber der Hauptansatzweck von Tor ist mein Verständnis nach, den Weg der Pakete zu verschleiern. Also solange wir nicht alles an einem Ort haben und solange wir es zulassen, dass es sich verteilt, da können wir einen ganz eigenen Wert generieren, was wir gar nicht erreichen würden, wenn wir das auf so einem Level angehen würden. Aber das heißt, es gibt einfach verschiedene Leute, die dasselbe Problem auf verschiedenen Ebenen versuchen anzugehen. Also wir haben durch Telekommunikationstechnik jetzt, das ist nichts wert, wenn wir nicht diese anderen Probleme, die hier mit drin hängen, auch ansprechen und das eben den Weg der Datenpakete zu verschleiern, ist eben einer dieser. Ja, eine Sache hat mich geschockt in dem Talk, dass es so eine Art Endziel gibt, bei dem wir jetzt sagen können, jetzt ist das Internet fertig. Und aus Entwicklersicht ist das wie seinen eigenen Tod einzuleuten. Und das ist vielleicht ein großer Schritt oder ich glaube ist aber ein wichtiger also wenn man Erfolg hat mit dem was wir hier vorhaben könnten, dann wird man sich auch anlegen mit wichtigen Leuten. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine unveränderliche nachvollziehbare Historie eben von allen befertigen, dann wird es da Gegnerschaft geben. Und das hat natürlich auch gesellschaftliche Implikationen, also wie sieht eine Gesellschaft aus, die auf solche Arten von Informationen das hört sich alles jetzt nach Revolutionstheorie an, aber da hängt doch relativ viel dran, was gesellschaftspolitische Implikationen angeht. Ne, ich würde es eher so sehen, dass es jetzt ein Schritt ist, der jetzt noch nicht sich sofort umsetzen können. Ich würde viele gerne mögliche Auswüchse und alle möglichen Mutationen im Internet sehen, jetzt wirklich, um genau diese Erfahrung zu sammeln und in neue Stellen hinein zu schnuppern. Aber wir haben einfach im Moment jetzt die Situation, dass wir so spannende Tools haben zu unserer Verfügung, dass wir wirklich einfach noch einen anderen Schritt nach vorne machen können. Okay, wir haben noch Zeit für eine weitere Frage auf der rechten Seite. Einige Sachen, die du sagst, klingen sehr bekannt und der Grund dafür ist, drei bis vier Jahre zuvor war da eine Session in der Seabase, in der es darum ging, verteilte Systeme, Privatsphäre, schützende Systeme aufbauten wollten, aber mit den Eigenschaften, die du hier vorgestellt hast. Ich habe diese Sachen nicht genau im Detail verfolgt, da war noch eine weiterführende Veranstaltung dazu und ich möchte dir den Eindruck vermitteln, dass es da bereits verschiedene Ansätze gab, mit sehr ähnlichen Ansätzen sehr ähnlichen Zielen und WordPress ist natürlich jetzt nur eine sehr limitierte Untermenge von diesen ganzen Projekten und Ideen und ja ich weiß, dass es solche Systeme gibt und ich weiß, dass ich sie noch nicht nutze und ein zentrales Problem ist natürlich das kritische Masse Problem also sie müssen natürlich erst mal die kritische Masse kriegen an Usern und wenn wir einige von diesen zentralen unterliegenden Eigenschaften richtig hinkriegen verteilte Namenssysteme verteilte Zahlensysteme dann können wir diese verschiedenen Teile zusammensetzen und das ist ähnlich wie beim IPv6 Problem also im Prinzip alle müssen endlich mal sich bewegen und migrieren und darum muss man natürlich Bewegung Dynamik entwickeln die Leute motivieren und daher vielen Dank für eure Aufmerksamkeit Vielen Dank